Willkommen liebe Leute zu einem ultimativen Geiz, sage ich jetzt mal bei Farming Simulator 15 mit dem ihr etliche Trophäen freischalten könnt. Nur mal ein paar zu nennen, schuldenfrei, neureich, mobiler Bauer, Wildpark für Anfänger, gut betucht, viel Fahrer, Langspieler, Geld wie Heu, Cowboy und Schlafgut. Ist natürlich hier so ein easy Geld-Trick im Alfk-Farming, auf deutsch gesagt. Ihr geht hier in die Karriere rein, wählt um einen Speicherstein aus, einfach, normal, schwer, natürlich klar, wenn ihr alle Trophäen holen wollt, reicht natürlich einfach, deswegen gehen wir hier an einfach rein. Nehmt auch gleich Björnholm, da könnt ihr gleich die Münzen mit einsammeln, dazu habe ich ja ein extra Video mit dieser Goldmünze, die 100 Stück, also starten wir jetzt einfach Björnholm und dann sehen wir gleich wieder und wieder, wenn ich hier im Ladescreen, also im Spiel drin bin. Genau, wir fangen an, hier kommt natürlich auch so ein Begrüßungsscreen, könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr Grundelemente des Spiels gezeigt haben wollt, ich gehe jetzt hier auf Nein und dann sind wir da, früher, später, starten, alles klar. So, dann zu Beginn drückt ihr einfach jetzt, sobald ihr hier drin seid, die Dreieck-Taste und dann habt ihr die Möglichkeit, hier in den Shop zu kommen, wo ihr Zeugs kaufen könnt, macht das logischerweise nicht, weil ihr drückt am besten nochmal Dreieck. Unten hier zu sehen, für Garage, deswegen gehen wir hier in die Garage rein und hier seht ihr schon, jetzt so noch X verkaufen, genau das machen wir auch. Wir verkaufen jetzt hier alles, was wir haben, um dann schlussendlich so Geld zu fahren, beziehungsweise, wenn ihr das gleich kombinieren wollt, mit den 100 beziehungsweise 1000 Kilometern für die Vielfahrertrophy unter anderem, dann könnt ihr natürlich einen von diesen Traktoren erstmal behalten, habe ich selber jetzt nicht gemacht, weil das macht sich zeitig hier kaum einen großen Unterschied, aber könnt ihr natürlich gerne machen. Ich behalte einfach mal zu Demonstrationszecken und diesen AgroStar 661 einfach jetzt da und verkaufe alles andere und genau, hier haben wir ja nochmal einen da davon, der kommt weg, der kommt auch weg, das Zeug alles, das Geraffel, alles verkaufen mit X hier, einfach nur X mehr oder weniger Dauerpreschen, bis ihr nur noch den AgroStar z.B. übrig habt, davon haben wir sieben Sitze, zwei Stück, brauchen wir auch nicht, einer reicht, das wird einer verkauft und gut ist. So, seht ihr rechts oben, wir haben 153.992 Euro, ist natürlich schon mal nicht schlecht, deswegen können wir das Ganze auch schon mal hier wieder rausgehen aus dem Store und dann einfach mit dem linken Analog-Pad einfach mal nach links oder rechts drücken, dass ihr hier reinspringt in euren Traktor, der einzige, den ihr jetzt noch da habt und mit diesem fahrt jetzt einfach mal so hin, rechts neben dieses Feld Nummer 20 ist der Shop, da fahren wir jetzt mal kurz hin, dass ihr auch unter anderem zu diesem Geldscheinsymbol kommt, was hier der Bankautomat ist, weil auf der PS4 habt ihr keinen direkten Zugriff auf die Bank, dann müsst ihr extra zu der Bank hinfahren, um z.B. die Trophy mit Schulden frei usw. da zu bekommen, was natürlich hier durchaus sehr gut möglich ist und ihr außerdem jetzt auch so schon mal ein paar Kilometer drauf rattert, bis ihr überhaupt bei der Bank seid. Ja, aber dazu dann gleich noch mehr, sobald wir da sind. Das heißt, ich werde einmal kurz hier hin und dann hier seht ihr schon die Bank. Genau, hier gehe ich jetzt gerade eh mal raus hier aus der Karre und gehe rüber zu der Bank. Und hier seht ihr es dann schon, wenn ihr hier seid, könnt ihr, ach so, Sprinten geht übrigens L1 gedrückt halten, ne, dann könnt ihr rennen im G-Satz 4 zu normal laufen, das ist ein leichter Unterschied. Und ja, dann geht ihr hier hin zu diesem Cashautomaten, drückt R1 für Finanzen ansehen und hier seht ihr schon 5000 Euro zurückzahlen, ist die Möglichkeit mit Dreiektaste. Wir haben momentan Kredit 50.000, könnt ihr euch jetzt schon überlegen, ob ihr das jetzt schon machen wollt oder vielleicht erst später, aber auf jeden Fall, wenn ihr den Kredit komplett zurückgezahlt habt in 5000er Schritten, dann ploppt die Trophy aus oder auf mit von wegen hier schuldenfrei. Das schon mal hier kurz mal im Hinterkopf behalten, weil wir machen natürlich jetzt hier folgendes, wir drücken nochmal die Dreiektaste, dass wir hier wieder in diesen Shop reinkommen und wir gehen hier ganz nach rechts rüber zu platzierbaren Objekten. Übrigens, wenn ihr die Kohle bei euch zulässt, könnt ihr die Trophy Cowboy mit 50, wo waren das, 50 oder 30 Kühe, das weiß ich jetzt gerade so nicht mehr genau so auswendig, doch 50, genau, 50 Kühe und 50 Schafe könnt ihr natürlich hier unter Tieren dann kaufen, dementsprechend, wenn ihr genügend Kohle habt, weil das reicht für die beiden Trophys aus, die einfach nur zu besitzen, also ihr könnt die auch kaufen und dann direkt danach wieder verkaufen über die Garage und ja, dann habt ihr diese beiden Trophys auch mit Schlafgut und Cowboy, aber wir gehen jetzt hier nach wie vor platzierbare Objekte, weil wir wollen ja wissen, wie man Geld macht und hier seht ihr schon, das ist wichtig, das Bienenhaus und schlussendlich diese Dinger hier, Solaranlagen, weil das hier wäre noch die andere Trophy, koste aber 1,2 Millionen mit Windpark für Anfänger, das machen wir dann auch später, soweit ihr die Kohle habt. So, deswegen fangen wir an mit Bienenhäuser, die wählt ihr aus und platziert die am besten nicht in der Nähe von irgendwelchen Feldern, da ihr die eventuell irgendwie bepflanzt noch wollt. Ja, bin ich in der Fall einfach nur von diesem Shop aus gesehen, hier ist ja der Shop, da ist unser Traktor, einfach so hoch in den Norden gegangen, dass ich hier genau dann schlussendlich da hinkomme, hier zum Beispiel reingepflanzt oder sowas, wo ihr sie hinstellt, ist eigentlich mehr oder weniger egal, ihr sollt ihr halt unbedingt halt in der Nähe von Feldern, kann es durchaus sein, dass ihr da dann Probleme klickt mit Helfern, weil die sich gerne selbstständig blockieren. Ich mache es jetzt einfach mal zum Testen, mal kurz hier hin, dann kauft ihr einfach so viele, wie ihr wollt, beziehungsweise mit Kreis, wie gesagt, hier die Solaranlagen, weil die bringen dann 25 Euro pro Tag, 380 Euro die Stunde, deswegen nehmen wir auch so eine kurz noch eine Solaranlage mit hier, weil die ein bisschen mehr Power hat und ich hier, da ist es irgendwo noch ein Sinn, machen wir es hier hin. So, jetzt habe ich nur noch 8.939, macht aber nichts, weil wenn wir jetzt hier rausgehen, mit Kreis und wir gehen jetzt raus, reicht dann nicht mal mehr für so einen Bienenkasten hier, drückt ihr die Options-Taste und hier unter Zeit-Skalierung, wenn ihr hier einen anderen Screen haben solltet, drückt einfach mit R1, L1, switcht ihr hier die Einstellungen durch zur Zeit-Skalierung, die macht ihr auf 120%, geht mit Kreis wieder auf zurück und jetzt seht ihr schon, dass ihr jede Stunde, also jetzt Punkt 7 Uhr, 440 Euro bekommen, ist so erstmal nicht viel, aber das summiert sich mit der Zeit gewaltig hoch, vor allem, wie ihr es gerade seht, so eine In-Game-Stunde dauert nicht wirklich lange, das sind so ungefähr maximal 30 Sekunden, in Real-Time, dann ist eine Stunde um und ihr habt dann hier jedes Mal diese 400 am Anfang nur, das heißt, ihr müsstet hier am Anfang mehr oder weniger ab und zu mal reingucken, so alle zwei, drei Stündchen habe ich es in meinem Fall gemacht, um mal zu gucken, was der aktuelle Kontostand dann sagt, wie jetzt hier nochmal 440 mehr, dann natürlich wieder 3X-Taste gedrückt, nochmal platzierbare Objekte rein, entweder Solaranlage gekauft oder Bienenhaus, die nochmal zusätzlich mit hingestellt und dann das gleiche, wieder und wieder und wieder, solange hier bis ihr dementsprechend hier unter anderem diese 1,2 Millionen Euro habt oder beziehungsweise hier die Kühe und Schafe kauft und oder den Kredit zurückzahlt und oder eventuell nochmal den Traktor neu betankt, weil das müsst ihr nämlich auch machen für die Vielfahrertrophie, das heißt, da gehe ich jetzt mal dahin, wo ich das Ganze gemacht habe. Ich bin jetzt hier beim Shop hier durchgefahren, also genau hier zu diesem Einkaufswagen fahre, der ist ja genau hier, hier ist der Shop, davon ist das Freisein nochmal, da hinten ist das rote Haus, mal so ein bisschen zur Orientierung, genau hier haben wir gerade das Bienenhäusl hingestellt und da, genau an dieser Stelle braucht jetzt entweder ein Gummiband oder sich eine Stecknadel, Zahnstocher, whatever, um den linken Stick, also sprich die Lenkung, zu fixieren und dann müssen wir nur noch L1, R1 gedrückt halten, sieht man auch links oben und Tempomat aktivieren, im Fall geht es mal kurz nach links hier, macht Tempomat aktivieren rein und so fährt er jetzt ungefähr immer mit 30 kmh, 32 in diesem Fall, immer nur schön im Kreis und das über mehrere Stunden bis schlussendlich der Akku, äh, Quatsch, der Akku, ja, genau, fortschrittmäßig hier, E-Traktor, 289 Liter hat der Dinger hier drin, das dauert ungefähr 5-6 Stunden, wo ihr den im Kreis fahren lassen könnt, ohne dass der Tank voll ist oder leer ist, das heißt, ihr müsstet danach eventuell den Traktor nochmal neu tanken oder halt, ähm, entweder einen, so wie ich es nicht gemacht habe, einfach einen neuen kaufen, weil ich so voll war, zu tanken, ähm, ja, aber ihr seht es auch schon, wir haben jetzt schon der 10.000 Euro und die Kilometer rattern hoch, ne, wenn ihr das Ganze so macht, einfach mal über Nacht laufen lassen oder so, aber halt dran bedenken oder dran denken, dass ihr hier, äh, alle 5-6 Stunden die Kiste neu tanken müsstet und das seht ihr auch gleich schon hier so rechts oben auf der Minimap, die links unten zu sehen ist, also genau in diese Richtung hier hinten, da dieses kleine Gebäude direkt geradeaus zu, das ist die Tankstelle, hinfahren, R1 drücken, Traktor wieder vollladen, hierher zurückfahren und wieder im Kreis fahren lassen, das Ganze natürlich so lange, bis ihr dementsprechend die Kilometer Trophys habt, beziehungsweise auch nochmal ein bisschen mehr Kohle über, dass ihr wieder Dreiektasse drücken müsst und wieder hier dementsprechend irgendwas kaufen, was ihr gerade wieder haben wollt, entweder mehr Kohle oder halt Windkraftanlage, beziehungsweise Kühe oder Schafe, genau, oder auch eventuell einen neuen Traktor, wenn ihr so machen wollt, wie ich und ich extra dahinter fahrt, ähm, ja, das Ganze dauert dann circa, bis ihr alles habt, roundabout 30 Stunden, die einfach nur theoretisch AFK Kohle farmt und im Kreis fahrt. Ungefähr nur so lange dauert es circa, mit ein paar Mal verpennen, dass man das Ding hier betanken muss, dauert das Ganze um 1000 Kilometer zu fahren, also es dauert doch echt eine ganze Weile, bis das ganze Teil fertig ist, aber mein Gut, ja, AFK Trophy Farming, na, kann man so an sich nichts sagen. Genau, das müsste jetzt eigentlich auch alles gewesen sein, ich überlege nochmal kurz, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber das durfte ja ganz gut hinhauen, von den Trophys dann sowieso auch, gut, Schuldenfrei haben wir auch geklärt, können natürlich dann auch zurückzahlen, ähm, ja, Langspieler bekommt ihr automatisch auch, weil über 10 Stunden kommt ihr definitiv raus, wenn ihr das Ganze macht, und, ja, genau, L1 R1 gedrückt halten, wie gesagt, Tempomat aktivieren, und natürlich nach links oder rechts den Stick fixieren, ach genau, und ihr solltet es definitiv auch hier machen, nicht auf dem Acker oder sowas, weil da kann es durchaus sein, wie ihr das da hinten seht, die Äcker sind nie gerade, zumindest nicht 100%, und, da, hier, diese Ebene direkt am Shop, die ist gerade, das heißt, euer Traktor bleibt auch immer in dieser Spur, in diesem Kreis hier, den ich hier schön gezogen habe, hier, und fährt nicht weiter raus oder rein, so dass ihr eventuell gegen Bäume kracht, oder in die Autos rein fährt, oder wie auch immer, sondern macht es direkt lieber hier, weil da passiert euch dann nichts, wenn ihr hier, jetzt schon so im Kreis fahren könnt, na, dann geht es auch definitiv mit dem Tempomat, weil dann bleibt euer Traktor immer an dieser Position hier. Genau, das war's in dem Fall, ne, ich wünsche euch viel Spaß beim AFK Geldfarming, und, ja, bei etlichen Trophys ein Sacken, ja, und Schwarz, ne, haut rein, Servus, Ciao. Das war's in dem Fall.